Hallo ihr Lieben, ich bin es, Andrea aus der Bastel-Oase. Ich grüße euch. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, heute mache ich was ganz anderes. Mal so richtig schweinerieren, was eigentlich gar nicht so meins ist, aber das Objekt, was ich mache, ist so klasse. Und zwar mache ich ein Junk-Journal. Die Idee zu diesem Junk-Journal habe ich von funkenkram.de. Ich kann euch nur empfehlen, da mal rein zu gucken. Es ist ein super Kanal. Es ist ein Pärchen, die das machen. Super sympathisch und was die da machen, ist absolut Hammer. Die haben auch einen Online-Shop, wo ihr denn auch die Sachen dazu kaufen könnt. Und genau. Und wie gesagt, ich verlinke euch den Kanal unten in der Infobox und schaut da mal rein. Das ist schon mal das Cover dafür. Ich zeige euch am Ende des Videos, wie ich das gemacht habe. Und das gefällt mir richtig, richtig gut. Und in diesem Cover kommen jetzt drei Bindungen. Sie nennt sie immer, äh, wie heißt das noch, was sagt sie noch immer? Irgendwas mit S. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Signaturen, glaube ich, sagt sie. Genau. Warum das so heißt, weiß ich nicht, aber da werde ich sie noch mal fragen. Und ich habe eine Signatur schon mal angefangen. Die kommt dann nachher hier so rein. Die kommen alle drei so rein. Und wenn man das dann so aufmacht, kann man da so blättern. Und jetzt wollte ich mit euch noch ein bisschen die Signatur so ein bisschen auf Alt gestalten. Dafür mache ich jetzt erst mal die Oberseite. Dann nehme ich wieder so ein bisschen von meinem Enker Gold. Also wiederum schweinerieren. Und gehe da so ein bisschen rauf und verteile das hier auch so ein bisschen. Das ist jetzt, ähm, die Signatur, die in die Mitte soll. Die anderen beiden mache ich überwiegend mit Papier, wo man drauf schreiben kann. Weil es möchte, ich möchte das so als, ähm, Tagebuch haben. Dass man so Erinnerungen hat. Wenn man vielleicht irgendwo hinfährt. Vielleicht zur Kur, dass man da so ein Tagebuch schreiben will. Und dass man das so als Erinnerung hat. Genau. So. Das finde ich schon mal sehr schön. Sieht das auch schon mal so ein bisschen älter aus. Das mache ich auf der anderen Seite auch. Das ist, ähm, viel Papier von Action, was ich jetzt benutzt habe. Und dieses Papier ist aus dem 30x30 Block. Und das ist so ein, äh, Print, äh, Katton. Mit Printmotiven. Und ich habe da jetzt ein bisschen schwarze Farbe auch noch aufgemacht. So, so Acrylfarbe. Das letzte, was ich so auf dem Pinsel hatte, weil mir das sonst einfach zu sauber aussah. So. Jetzt habe ich wieder schön was an meinen Fingern. Ich nehme erst mal kurz ein von meinen Tüchern. Ich habe ja immer meine Tücher. Das wisst ihr. Da ich ja immer unfreiwillig schweineriere. So. So. Genau. So. Hände. Hose abgetrocknet. Und weiter geht's. So. Dann ist dieses in der Mitte mit einem Band zusammen gemacht. Da habe ich also zwei Löcher reingemacht. Und das ist, da habe ich jetzt, äh, für Stickgarn genommen. Und habe das da durchgezogen, zusammengeknotet und dann nochmal so ein Herzchen daran gesetzt. Und, ja, wir gehen da jetzt nochmal durch. Und ich will das jetzt noch ein bisschen verändern. Hier vorne habe ich so eine, ähm, ja, aus Papier ausgeschnitten, so eine Tasche. Die kann man mit Draht so aufmachen und dann da noch was rein tun. Hier habe ich, ähm, Washi-Tipp draufgeklebt. Da muss ich nochmal gucken, ob das nicht wirklich klebt. Und hier habe ich dann so weißes Papier genommen. Da habe ich, das habe ich so ein bisschen geprägt. Und ein bisschen mit Stempelfarbe eingefärbt. Und hier unten habe ich so zwei Ecken draufgemacht. Und dann habe ich diese beiden Tags ausgeschnitten aus dem Bogen, den ich noch, Papierbogen, den ich noch hatte. Und da möchte ich jetzt aber gerne noch ein bisschen die Renner mit Stempelfarbe machen, weil mir das zu gerade aussieht. Das gefällt mir nicht so ganz toll. Dann nehme ich mal Expresso. Und dann habe ich mir meine Fingerschwämmchen jetzt genommen. Und da gehe ich mal so ein bisschen um den Rand rum, damit das einfach so ein bisschen noch älter aussieht und nicht so wie frisch ausgeschnitten. Das gefällt mir besser. So, dann kommt das da wieder rein. Und da kann man jetzt schön was draufschreiben. Also das sind so Papierblocks, muss ich sagen, die ich schon ewig liegen hatte. Wo ich immer so gar nicht wusste, was mache ich damit. Soweit ich weiß, habe ich die, glaube ich, von Maria Gato mal. Also die sind auf alle Fälle von QVC. So, und hier mache ich jetzt auch noch mal so ein bisschen. Ja, das sieht uns ja alles viel zu ordentlich aus. Und das ist das Schöne bei diesem Junk Journal. Man kann da einfach richtig drauf los, ohne irgendwas zu überlegen. So, hier mache ich auch noch mal so ein bisschen. Genau. Die zweite Seite, da habe ich dann auch zwei solche Sachen ausgeschnitten. Und mit Klammern, ich hatte so kleine Klammern, die habe ich da reingemacht, damit man das rausziehen kann. Und ich wollte jetzt hier auch noch mal so ein bisschen rumgehen, damit das so ein bisschen einfach älter aussieht. So, dann kommen die beiden da wieder rein. Dann habe ich jetzt hier, das ist aus dem Schulheft, da habe ich auch so ein bisschen mit Farbe rumgespielt. Und dann habe ich so ein Tuck ausgeschnitten oder so ein Ding, dass man das so umblättern kann. Und da kann man jetzt richtig schön was draufschreiben. Und hier dieses Papier habe ich auch geprägt und habe, mal gucken, ob ich mit der Lampe mal ein bisschen näher ran, dass ihr vielleicht doch noch mehr sehen könnt. Und habe da jetzt auch so eine zwei rausgeschnitten und da will ich das jetzt auch noch mal so ein bisschen umranden hier. So, damit das einfach alles alt aussieht. So, genau. Dann hier kommt noch was drauf. Hier habe ich dann die Seite gerissen und auch ein bisschen eingefärbt und bestempelt. Und das habe ich auf der Seite auch gemacht. Diese Seite habe ich wieder geprägt. Hier werde ich auch noch mal was draufsetzen, wo man gut draufschreiben kann. Und dann ist diese Seite auch geprägt. Hier habe ich noch so ein altes Notenheft. Da habe ich dann auch noch mal so Memories draufgeklebt. Und auf der anderen Seite auch. Das heißt, hier kann man auch was draufschreiben. Hier kommt noch ein großer Bogen mit Linien hier rauf. Und da habe ich einfach das Papier zusammengeknüllt. Da könnte man jetzt eigentlich auch gucken, dass man da auch noch mal so ein bisschen rüber geht. Jetzt, weil das ja so zusammengeknüllt ist. Genau, dann ist das wirklich richtig alt. Das gefällt mir richtig gut. Und das mache ich so auf der anderen Seite auch. Einfach gar nicht drüber nachdenken. Einfach so raufgehen. Und wie gesagt, es kommt da ja noch so ein Blatt drauf, dass man auch die beiden Seiten hat, um das so raufzuschreiben. Hier habe ich zum Beispiel auch drei Sachen ausgeschnitten. Dann habe ich da ein Loch reingemacht. Und habe ich hier so eine Klammer durchgezogen. Und dann kann man die drei jetzt so drehen und da was draufschreiben. Hier kann man jetzt auch was draufschreiben. Die Seite werde ich so lassen. Hier die Seiten, da werde ich noch mal was bestempeln. Da kommen noch so ein paar Motivstempeln drauf. Die habe ich so an der Seite, habe ich die so ein bisschen gerissen. Und hier ist dann auch zum Schreiben. Hier habe ich so einen ganzen Bogen aus dem Papierblock genommen. Hier ist auch wieder das Papier, was so ein bisschen geknittert ist. Soll ich auch wieder mit dem Schwämpchen so ein bisschen rüber gehen. Das so ein bisschen alt wirken lassen. Dann habe ich hier wieder Notenpapier. Also die Seiten sind jetzt noch nicht gestaltet. Das mache ich noch. Ich wollte es euch nur mal zeigen, was man so machen kann. Und was eigentlich ein Junk Journal überhaupt ist. Und genau die Seiten werden jetzt alle noch gestaltet. Hier ist dann auch wieder zum Schreiben. Also so, dass man viel schreiben kann. Auch die wird noch gestaltet. Und dann ist das Prinzip so, wie sieht es da immer zeitbar, Funkelkram. Das hier nachher, also hier wird so ein Gummi rangemacht, was hinten zusammengebunden wird. Und dann kann man die drei Heftchen so da rein machen. Und dann ist das auch voll. Und dann hat man jede Menge zum Schreiben. Ich bin jetzt am überlegen, ob ich hier noch eine Vorrichtung mache. So ein Gummi, dass man so einen Stift da noch ran machen kann. Das weiß ich aber noch nicht. Ich werde mich da noch ein bisschen auslassen. Auf alle Fälle wollte ich euch das zeigen, weil ich das einfach eine Wahnsinnsidee finde, sowas zu machen. Und ich habe unheimlich viel Spaß gehabt. Es ist auch nicht so, dass das so ewig dauert, bis man dann auch mal endlich fertig ist. So wie bei meinem Album. Da habe ich ja nun gerade erst die erste Seite gestaltet. Und das dauert noch, bis das fertig ist. Bei diesem ist es einfach Anfang loslegen und irgendwas kommt dabei raus. Und das ist das, was mir so gefällt. Und alles an Material kann ich verwenden. Also richtig Mixmedia. Und das ist so wirklich meins. So ihr Lieben. Als nächstes kommt jetzt, wie ich diesen Buchdeckel gemacht habe. Das mache ich gleich im Video hierbei. Also bis gleich. So. Nun will ich mal gucken, dass ich diesen Buchcover hinbekomme. Das macht sie auch immer ganz toll. Bei Funkeltraum. Äh. Funkeltraum. Genau. Wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, unbedingt mal bei ihr gucken. Die macht so tolle Sachen. So. Nun will ich gucken, dass ich das hinkriege. Und da mache ich hier schon mal so einen Strich. Und ja, ich möchte, dass ich gar nicht eine kleine Karte habe. Und da werde ich dann gleich mit dem Cuttermesser schneiden. Und da werde ich dann auch noch ein bisschen größer werden. Und deswegen gehe ich dann hier hin. So. Jetzt müssen wir das nur irgendwie gerade hinkriegen. Also das wird ja jetzt mein erstes Schirnel in dieser Art. Und wenn das klappt, wie ich mir das so alles vorstelle, wie sie das auch alles zeigt, dann werden das auf alle Fälle nochmal mehr werden. Also das sieht irgendwie schief aus. Das müssen wir mal gucken. Mal kontrollieren. Mal kontrollieren. Das sind 6,9. 6,9. 6,8. 6,9. Ja. Das ist minimal. Das ist nochmal. Das ist richtig gesehen. So. Nun hole ich mal mein Cuttermesser. So. Und jetzt wollen wir mal ganz mutig drauf losschneiden. Das hat schon mal geklappt. Das hat nicht ganz geklappt. Oh Leute. Alles gut. So ganz gerade muss das ja auch nicht sein. Soll ja alles so im alten Look sein. Von daher kann das ruhig ein bisschen. Das geht mit so einem Cuttermesser total gut. Achso. Das ist so. Von los, der Karton. So. Mal gucken, dass ich jetzt hier meine Finger schneide. So. Okay. Das ist schon mal abgeschnitten. So. Dann soll das mein Buchrücken werden. So. Und jetzt müssen wir nochmal gucken. Ja. Das passt doch. So. Und jetzt will ich das auch etwas größer haben. Ich hoffe nur, dass sich das auch wirklich eignet. Ups. Das wäre nicht zu dünn ist, der Karton. Aber das werden wir dann alles sehen. das kann ich ja auch mit der schere schneiden wenn das geht das will ich jetzt genau so haben nicht mein schreibtisch mit der schere schneiden so jetzt habe ich das cover ja das passt doch gut wenn ich die dann herein binde und jetzt will ich das mit acrylfarbe anmalen dafür will ich aber die seiten noch mal verstärken dafür schneide ich mir die jetzt auch noch mal auseinander ich habe doch so eine schöne matte die hatte ich mir extra gekauft zum schneiden warum nehme ich die denn nicht da drunter ist doch sehr einfach so so und das ist ab und das ist ab genau und jetzt hole ich mir nämlich mein klebeband was ich auch schon für mein für mein album benutzt habe und damit verstärke ich das jetzt muss hier mal aufholen das geht ja gar nicht das habe ich hier nämlich gar nicht so und das ist ja viel besser so und das kommt so rein und das kam so genau klebeband wo ist hier anfang da dieses diese junk journal zu machen das macht so viel laune weil man ja nichts gebunden ist es macht einfach spaß mal gucken ja ich glaube es reicht nicht wirklich ich habe auch noch irgendwo meine beschichtete schere wo ich die gelassen so die ist so ein bisschen beschichtet da klebt das nicht so ganz extrem dran wunderbar und das machen wir jetzt auf klebeband habe ich übrigens von action das ist schon richtig gut das ist ja das gute bei diesen junk journals was mir so gut gefällt man kann ruhig ein bisschen kreuzig quer arbeiten es ist ja alles richtig gut soll ja auch so ein bisschen in richtung antik aussehen von daher kann man da ja nicht wirklich was falsch machen so habe ich schon mein cover fertig das finde ich total gut wo ich hier mal farbe und dann hoffe ich dass ich das mit acrylfarbe angemalt kriege ohne dass mir das auseinander fällt oder zu doll fällt ok bis gleich so da habe ich mir acrylfarbe geholt dann habe ich jetzt diese multi acrylfarbe die habe ich von karin jittenmeier beziehungsweise qvc so sehen wir mal gucken ob das jetzt so geht wie ich mir das vorstelle ich hoffe mal ja und da gehe ich auch noch mal so ins braune rein also versuche das jetzt schon mal so ein bisschen richtung vintage zu machen geht besser als ich dachte ich bin ja kein freund von farben und wasser und was so alles mit schweinereien zu tun hat so das ist ja nicht so wirklich meins aber ach lotter das ist doch nur draußen im troppenhaus jemand so das geht richtig gut weil das macht sogar spaß es macht gerade spaß schweinerei zu machen so und hoffe ich mal dass ich das nicht so dolle welt ich wusste gar nicht dass man pappe einstreichen kann mit farbe dann hätte ich das hier bei meinem journal auch mal über mein album auch machen können ich glaube ich viel einfacher als das mit papier zu beziehen also ganz so hat sie fast sie lassen wir jetzt kurz trocknen damit ich die rückseite machen kann ich glaube das braucht auch nicht lange und dann kann ich gleich die rückseite machen das klebeband auch so ein bisschen mit einstreichen ich weiß jetzt gar nicht ob das so auf dem klebeband hält ich hoffe mal dass das nicht bricht das sieht doch schon mal richtig gut aus leute das macht spaß gut so das lassen wir jetzt trocknen dann bin ich gleich wieder da so nun ist das getrocknet hier und ja so ein bisschen ist von der zeitung dahin geblieben aber das macht mir gar nichts aus das soll ja alles richtig auf alt sein von daher ist das okay so jetzt habe ich hier so eine postkarte gefunden mit meinem papier und die werde ich jetzt darauf kleben das mache ich jetzt mit bastel klebe so und das kommt jetzt hier so rauf die sieht schön alt aus das finde ich total gut so und nun habe ich mir hier ich habe hier so eine da waren Lakritz drin das ist mit Deckel das finde ich total gut und jetzt habe ich hier so ein bastel kleber und den haue ich mir da jetzt rein damit er ein bisschen dünner wird dann habe ich hier so ein Stäbchen vom Chinesen noch damit rühre ich das mal an das ist aber noch viel zu dick und dann kann ich hier nachher nämlich den Deckel drauf schrauben und dann brauche ich das nicht wegschmeißen sondern kann das immer wieder benutzen ordentlich klebe ich hoffe dass das geht mit dem kleber weil da will ich nämlich gleich die Küchenrolle drauf haben so das ist immer noch nicht dick genug ich glaube ich habe zu viel Wasser genommen ich glaube das braucht noch ein ganz klein bisschen Wasser wenn überhaupt jedenfalls ist der lösungsmittel frei das ist glaube ich schon mal wichtig ein klein bisschen mache ich noch gleich den Kleber hier drin statt in der Flasche so ja ich glaube diese Konsistenz müsste gehen ich habe hier meinen Pinsel wieder den habe ich ausgewaschen gucken dass er trocken ist so und jetzt will ich das so reißen und mit der Struktur da so rauf so ich bin gespannt ja doch ich glaube das geht dann kriegt das gleich so eine Struktur hier weil die Küchenrolle hat ja so eine Struktur so das musste nachher gut trocknen damit ich das weiter bearbeiten kann ich bin ja kein Freund von Sachen die mit nass zu tun haben aber ich muss sagen das macht irgendwie Spaß so da werde ich jetzt das die ganzen beiden Seiten machen und auch ja innen kann ich glaube ich noch nicht machen das muss ja erstmal trocknen und dann zeige ich euch wie es aussieht wenn es fertig ist so nun habe ich ja die Serviette daran geklebt und und habe das dann mit dem Film getrocknet das ging ganz gut dann habe ich so eine alte Postkarte gefunden achso die hatte ich glaube ich vorher schon drauf gemacht und euch gezeigt und von innen gestalte ich das jetzt auch noch ein bisschen weiter aber ich mache jetzt erstmal hier außen weiter ja ich habe jetzt mit Inka Gold gearbeitet das sind ja so eine Wachspasten und das habe ich da jetzt drauf gemacht und ich habe hier auch so eine Ecken ran gesetzt hier so eine Buchecken die muss ich noch befestigen die habe ich jetzt an allen vier Ecken ran gemacht und jetzt muss das diese Wachspasten kann man jetzt nämlich noch ein bisschen polieren das mache ich jetzt auch nochmal da geht man mit so einem weichen Tuch so ein bisschen rüber und poliert sie noch so ein bisschen ich habe hier auch den Rand gemacht den Rand den habe ich dann abgeschnitten und dann habe ich auch da diese Wachspasten raus gemacht also dass das so richtig schön gebraucht aussieht hat also schon viele viele Jahre auf dem Buchecken jetzt will ich innen nochmal ganz kurz mit der Paste ein bisschen machen hier habe ich das schon einmal gemacht die kann ich jetzt mal zur Seite packen weil die muss ich ja noch fest machen die ziehe ich einmal kurz ab und auch hier kann ich das jetzt so polieren so nun gehe ich in diese nochmal rein und mache da auch noch so ein bisschen gehe ich einfach so ein bisschen quer hier rüber so wie das so gerade kommt ich denke da auch gar nicht weiter drüber nach einfach mit dem Finger rein da so ein bisschen so das reicht schon dann kann man das antrocknen lassen und dann wird das poliert wichtig ist dass diese Dosen immer richtig fest wieder zugemacht werden damit damit das nicht austrocknet so nun wollte ich hier weiter gestalten dafür habe ich mir so einige Sachen ausgestanzt und zwar habe ich hier so eine Art Gitter ausgestanzt das setze ich jetzt rauf und dafür nehme ich diesen Wabenabroller damit kann man solche Teile wunderbar mit Klebe versehen und raufsetzen so ups so genau und das mache ich oben auch nochmal so diesen Klebeabroller den habe ich von Karin Rittenmeyer beziehungsweise QVC die sind einfach toll so jetzt gebe ich den hier oben rauf so dann habe ich mir auch nochmal weil ich wollte ja dass das so eine Art Tagebuch wird oder mit Geschichten so aus der Erinnerung und da habe ich mir dann nochmal Memories ausgestanzt dann habe ich hier noch so eine so eine ja so eine Art Gardine die ist von Action das ist so aus Kunststoff so eine Zierbottüre die mache ich jetzt mit Doppelseiten gegen Klebeband dran diese Junk Journal zu machen das macht so viel Spaß weil es gibt da überhaupt gar kein Falsch kann sich richtig austoben mit alles was man so hat also diese Papiere die ich jetzt auch benutzt habe für das Innenleben die habe ich schon so lange liegen jetzt kommt sie zum Einsatz das mache ich jetzt hier vorne nochmal drauf so dann habe ich hier nochmal Worschi Tape das setze ich hier noch oben drauf und will ich da aber gleich nochmal ein bisschen Farbe drauf haben das gefällt mir nicht so jetzt setze ich hier oben und unten nochmal ein Stück Spitze drauf das ist so ein bisschen romantisch wert natürlich auch schwarze Spitze toll aber die habe ich nicht und und hier oben machen wir sowas auch so nochmal und dann habe ich hier noch von Karin Jittenmeyer noch diese Metallornamente, die man auch leicht biegen kann. Das ist so genial. So, die werde ich mal mit Klebepunkten festmachen. Mal gucken, ob das hält, sonst muss ich mir nochmal was anderes überlegen. Jetzt erstmal mit diesen Klebepunkten festmachen. Ich werde mir nachher auch nochmal überlegen, wie ich das denn schließen will. Aber es ist ja jetzt wieder so ein Projekt, was entsteht, wenn wir das machen. Und wo ich mich dann auch zwischenzeitlich wieder für was anderes entscheide, was ich vorher so eigentlich gedacht habe. So. Eigentlich halten die ziemlich dolle. So, jetzt habe ich mir nochmal wieder ein bisschen von dieser Farbe rausgesucht. So, und da wollte ich dann nämlich das so ein bisschen einfärben hier. Weil mir das zu goldig ist. Und wenn das nicht alt genug aussieht. Eigentlich bräuchte man da so ein bisschen Richtung Rost. Aber Richtung Rost habe ich nicht, also muss das so herhalten. Aber es geht auch. So, und das wollte ich jetzt auch noch so ein bisschen über die Spitze haben. Das kann man richtig gut so mit dem Finger auftragen. Geht auch gut wieder ab, wenn man die Hände wäscht. So, dann mache ich hier auch nochmal so ein bisschen. Das sieht ja alles sonst viel zu neu aus. So, und das gefällt mir jetzt richtig gut. Kommen die Ecken dann nachher wieder ran. Und dann habe ich schon mal die Vorderseite von meinem Junk Journal fertig. Ich möchte das so als ja eigentlich als Tagebuch auch machen, dass es so als Tagebuch geht. Und ja, das finde ich eigentlich richtig schön geworden. Das gefällt mir richtig gut. Mal gucken, wie ich das mit dem Verschluss mache. Und hier werde ich auch noch ein bisschen gestalten. Aber da muss ich meine Fantasie jetzt noch mal ein bisschen spielen lassen, wie ich das da weiter mache. Aber ich wollte euch das schon mal zeigen. Und ich finde das einfach eine tolle Sache, wo man sich so richtig schön auslassen kann. So, hier habe ich jetzt noch mal eine tolle Idee. Ich habe ja von Action diese ganzen Blumentüten, die ich ja hatte. Und da habe ich jetzt mit dem Aqua-Marker so ein bisschen drin rumgemalt. Und jetzt mache ich das, löse ich das noch mit dem Pinsel an, also mit diesem Aqua-Pinsel. Und kriege ich da einen ganz tollen Effekt. Das gefällt mir richtig gut. Und die Blumen kommen dann nämlich hier noch drauf. Also man kann mit diesen Aqua-Stiften dann auch wirklich toll die Blumen einfärben. Ich finde das so cool. So. Die habe ich auch schon fertig gemacht. Ich mache das mal auf so einem weißen Blatt. Da könnt ihr das besser sehen. So. Da könnt ihr das besser sehen. Ich finde, die sehen so toll aus. So eingefärmt. Vorher hatten die ja diese Farbe. Da hätten sie nicht so wirklich dazu gepasst. Aber so passen die natürlich richtig klasse da drauf. Das gefällt mir richtig schön. Ich zeige euch das noch mal so ein bisschen. Also da noch mal so oben und unten noch mal drauf. Ich finde das richtig schön. Die setze ich jetzt noch da drauf. So ihr Lieben. Das war erst mal ein kleiner Teil von meinem Junk Journal à la Funken-Kram. Also das kann ich euch nur empfehlen. Der Link zu ihrem Kanal findet ihr in der Infobox. Sie macht den Kanal zusammen mit ihrem Mann und die machen hammer Sachen. Die haben einen Online-Shop und wenn ihr auch Interesse an sowas habt, geht da hin und schaut euch das an. Wirklich kann ich nur empfehlen. Ich wünsche euch auf alle Fälle noch einen schönen Abend. Ganz liebe Grüße. Bleibt gesund. Andrea aus der Basteloase.